Willkommen zu Leinebergland in Schlagzeilen. Eifelt. Mehr als 5000 Stunden haben die Helfer und Vorstandsmitglieder des DRK-Ortsvereins Eifelt im vergangenen Jahr ehrenamtlich gearbeitet. Von der Blutspende über Gymnastik und Tanz bis hin zu Fahrten und Vorträgen. Der Ortsverein ist in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv. Das ging während der Jahreshauptversammlung aus dem Bericht der Vorsitzenden Waltraud Bartels hervor. Das Ehrenamt sei das höchste Gut, sagte Mario Eissing, neuer Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Eifelt, der sich während der Versammlung vorstellte. Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Neue zweite Vorsitzende ist Karin Geisreiter. Sie hat das Amt von Jutta Detmar übernommen, die den Ortsverein in Zukunft als Beisitzerin unterstützt. Schatzmeisterin bleibt Jutta Thomas, Schriftführerin ist Melitta Tschirpik, stellvertretende Schriftführerin ist Hannelore Kaltenhäuser. Beisitzerin sind neben Jutta Detmar, Margit Falke, Gudrun Duse und Ute Knüppel. Seelde. Bis ins 20. Jahrhundert waren in Seelde viele Familienbetriebe angesiedelt. Im Dorf gab es zwei Tischlereien, eine Stellmacherei, ein Schlachter, ein Bäcker, mehrere kleine Lebensmittelgeschäfte sowie einen kleinen Einkaufsmarkt. Es gab zwei Schuster, mehrere Schneider, mehrere kleinere und größere landwirtschaftliche Betriebe sowie zwei Gaststätten. Auch eine kleine Dorfschule mit zwei Klassen war vorhanden. Wie in Seelde gelebt und gearbeitet wurde, möchte der Heimatverein im November mit einer Fotoausstellung verdeutlichen. Hierzu ruft die Geschichtsgruppe des Heimatvereins auf, ihr Originalfotos bis etwa 1980 zur Verfügung zu stellen. Die Originale werden nach dem Scannen zurückgegeben. Die Geschichtsforscher hoffen auf eine rege Beteiligung und bitten darum, die Fotos bei Karl-Heinz Winkler, Hanna Gruppe, Renate Kroll, Friedrich Dreyer oder Birgit Opitz bis Mitte oder Ende April abzugeben. Gronau, so schnell kann es manchmal gehen. Während die Mitglieder des Gronauer Hausfrauenbundes im vergangenen Jahr noch mit einem Glas Sekt auf das 65-jährige Vereinsbestehen angestoßen haben, haben sie jetzt einstimmig die Auflösung des aktuell noch 53 Mitglieder zählenden Vereins beschlossen. Der Grund für das überraschende Aus ist so simpel wie traurig zugleich. Es findet sich kein neuer Vorstand, der die Geschicke des Hausfrauenbundes weiterführen möchte. Neue, jüngere Mitglieder sind in den vergangenen Jahren ebenso nicht nachgekommen. Einig waren sich die Mitglieder, dass man sich nach dem Vereins Aus im nächsten Jahr in freier Zusammenkunft weitertreffen möchte. Festhalten möchte man sowohl an der Wandergruppe als auch am Spielenachmittag und am Gesprächskreis. Immer zu festen Terminen, die auch für andere offen sind. Marienhagen, 73 Winterquartiere für Fledermäuse gibt es im Landkreis Hildesheim, die von Carsten Passior und seiner Ehefrau Anja kontrolliert werden. Manche befinden sich an Gebäuden, andere in alten Industrieanlagen und Stollen. In den höhlenartigen Quartieren finden wir die Hälfte der heimischen Fledermäuse in Niedersachsen, Weiß Passor. Seit 30 Jahren beschäftigt sich der 52-jährige Elektriker mit den Tieren. Ich habe die Begeisterung quasi mitgeheiratet, verrät seine 47-jährige Ehefrau, die pädagogische Mitarbeiterin an einer Schule ist. Sie untersucht die Geschöpfe der Nacht seit 18 Jahren. Am Ende jeder Kontrolle werden die Zahlen von den aufmerksamen Naturfreunden notiert, sowie die verschiedenen Fledermausarten, die sie gesichtet haben. Die Zahlen sind bis jetzt im Verhältnis zu den Vorjahren verhältnismäßig konstant, erklärt Anja Passior. Nordstemmen, ungefähr 4000 Kröten. Molche und Frösche verdanken dem Krötenzaun, der sich an der Kreisstraße 505 von Nordstemmen nach Adensim befindet, ihr Leben. Jährlich wandern die Amphibien im Frühjahr zum Laichen vom Marienberg zu den Teichen, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden. Die Adenserin Ingrid Schneider kümmert sich seit mehr als 25 Jahren um die Geschehnisse am Krötenzaun. Dazu kommen viele freiwillige Helfer. Und zum Schluss der Sport im Launebergland, Rössing. Mit 137 Mitgliedern ist der Tennisverein Rössing ins neue Jahr gestartet, wie Bernd Königke anlässlich der Jahreshauptversammlung berichtete. In seinem Jahresbericht blickte der TV-Vorsitzende außerdem auf gelungene Veranstaltungen zurück, darunter das Skatturnier, die Platzeröffnung, die Mannschaftsfahrt der Herren, das Weihnachtsgrillen und die Vereinsmeisterschaften. Bei den Turnus gemäß anstehenden Vorstandswahlen bestätigten die 21 Stimmenberechtigten, Bernd Königke als Vorsitzenden ebenfalls wiedergewählt wurden der zweite Vorsitzende Thomas van der Waard und Kassenwart Detlef Siepert. Schriftführerin Alexandra Königke stand nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Maria Hohmann erklärte sich bereit, den Posten zu übernehmen. Auch die Sport- und Jugendwartin Lilia Wandmacher-Stremel trat nicht zur Wiederwahl an. Nachfolgerin ist Patrice Meyer. Auch André Dräger stellte sein Amt als technischer Direktor zur Verfügung. Neuer technischer Direktor ist Dieter Jasper, der in Abwesenheit gewählt wurde. Alle Kandidaten wurden ohne Gegenstimme gewählt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.